Musik Ja hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Microsoft Ja es tut mir wenig leid, es ist ein wenig später rausgekommen, ist alles normal Aber ich hab ein bisschen das verpeilt und vergessen, dass ich irgendwie aufnehmen muss Aber naja, jetzt ist es ja nun soweit und ja Das bedeutet mal wieder, dass es mal wieder eine epische Runde mit dem Tobi von GOP in der epischen Minecraft-Welt ist Und ja, wir sind ja immer noch auf der epischen Suche nach den mysteriösen Diamanten Und ich hab ein paar Frame-Einbrüche Oh mein Gott, warum? Warum bist du so schlecht, PC? Komm mit der Welt von Minecraft, klar Naja, okay, vielleicht gibt es sich ja gleich Ich hab irgendwie das Gefühl, dass da drunter... Nein, okay, da können wir ein bisschen abholzen Können wir schön machen So, das Feuer springt ja auch zum Glück nicht über Dann können wir hier ein bisschen Eisen abbauen, obwohl wir schon jede Menge Eisen dabei haben Bestimmt ist hier drunter Lava Nein, das ist nicht cool Finde ich hammergeil Nicht schlecht, meine lieben Freunde, aber... Warum hab ich jetzt mal ehrlich, warum hab ich so riesige Frame-Probleme? Naja, für euch müsste es eigentlich flüssig sein Nur ich hab ein paar Probleme Aber egal Ähm, ja, in welche Richtung? Äh, hallo Hey Digga, warum... Ihr Drecksviecher Verzieht euch, verzieht euch Boah Wieso brauchen wir hier nur noch einen Diamanten? Dann können wir uns hier ja die mysteriöse Spitzhacke machen Meine lieben Freunde Und dann wird das hier auch alles total episch Ich bin jetzt mal echt gespannt, wie das alles wird Das ist echt mysteriös und dunkel Ich hör euch, aber ich seh euch nicht Das macht mir irgendwie total Angst Und irgendwie gefällt mir das Überhaupt nicht Ha, mysteriös Aber naja, kommen wir ja nicht drum rum Ich hoffe mal auch, dass meine Qualität vielleicht mal ein wenig anders ist Denn ich bin im Moment ein wenig an meinem Mikro am rumschrauben Und vielleicht findet man ja irgendwie eine Möglichkeit Dass die Hintergrundgeräusche ein wenig weggehen Weil ich bin ganz ehrlich Ich bin auch zu voll mit Outer City Oder Audition oder sowas aufzunehmen Und dann im Endeffekt eh nur irgendeinen Sound anders zu haben Weil das krächzt dann eh ein bisschen Also hier ist eine Schlucht Mal gucken, was passiert, wenn ich hier ein bisschen abbaue Ist da drunter was? Da drunter ist was Da kann ich das auf jeden Fall abbauen Und ich darf den nächsten nicht abbauen Dann muss ich das hier abbauen Vielleicht sehen wir ja einen Diamanten Keinen Diamanten Keinen Diamanten für den Tobi von GOP Warum? Jetzt kann ich da nicht hingucken Ach egal Laufen wir einfach ein bisschen weiter Wir könnten ja auch theoretisch mal in die Schlucht gehen Die wir im letzten Part gefunden haben Das war eigentlich auch relativ geil Also ich hab mich da richtig heftig gefreut Und ja, mal schauen, was so alles wird Also von hier kommen wir gut Da hinten ist noch die Holzvilla Also wenn wir irgendwie nach oben müssen Können wir einfach Richtung Holzvilla buddeln Und dann funktioniert die ganze Scheiße hier So wie es das sein muss, meine lieben Freunde Ihr wisst, wie es funktioniert Aber das Problem ist Wir müssen ja immer noch weiter hier durch die Gegend Platschen Oh mein Gott Ich hab richtig Angst im Dunkeln Aber das Problem ist Ich hab echt keine Ahnung, wo wir langlaufen sollen Ich will irgendwo wohin, wo es dunkel ist Aber irgendwie ist hier noch so dunkel Im Moment, gerade eben hab ich einen Creeper gehört Falls ich mich nicht irre Aber naja Vielleicht ist hier noch irgendwas Oh, ach da bist du, du kleiner Krachmacher Dicker Dicker, du bist böse Du bist echt böse So, perfekt Jetzt mal ehrlich Warum ruckelt das so? Also ich hatte ja letztes schon mal Du kleines grünes Böse Nein Scheiß Skelett Hast du dich getötet? Nein So, gut Findest du noch One-Hit Und dann bist du tot Das ist wesentlich besser Weil ich hasse Skelette Boah, die sind so OP geworden Seit dem neuen Update Weil die ja so richtig schnell schießen können So Okay, das ist ein bisschen übertrieben Aber man könnte die schon so ein bisschen Mit einer AK-47 oder sowas vergleichen Dann kann ich dich Nein, nein, nein Oh, jetzt kommt auch noch ein zweiter Drecksvieh So, okay Skill Skill, meine lieben Freunde Skill Warum sind hier so viele Creeper? Boah, du Drecksvieh Warum hast du das getan? Wer gibt dir das Recht Dass du das zu tun? Keine Sau, mein lieber Freund Keine Sau Deswegen sag ich Du musst sterben Naja Zumindest ein wenig Feuerstelle Das Grafik Back Okay Krass hatte ich auch noch nicht Das ist so, als ob da irgendwie was drin war Hallo 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 Also hier geht es ja immer noch weiter Also Ich bin ja immer noch auf der epischen Suche nach den Diamanten Aber naja Ich weiß nicht, ob das in diesem Part auch wieder so ist Weil eigentlich Boah Hier sind wir in der Schlucht Cool Cool Also die Schlucht ist richtig heftig groß Wie man es sieht Vielleicht kommen wir da drüber Boah Boah Ey, das war Glück Warum habe ich eigentlich so viel nicht gegessen dabei? Ach, ich habe hier noch ein ganzes Steck Fleisch Naja, laufen wir mal ein bisschen durch die Gegend Was gibt es hier? Gibt es hier irgendwas umsonst? Nein, leider nicht Schade Also ich fände Diamanten so umsonst Die auf dem Boden rumliegen Irgendwie von Boah, ist das so riesig Alter Das ist ja richtig groß hier Das gefällt mir ja richtig Richtig Fledermaus Okay 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 Ich sollte nicht so viel Angst vor Tieren haben Aber egal Ich weiß ja eh, wo wir langlaufen Äh Hallo Hallo Boah, diese Mine, die ist riesig Meine lieben Freunde Riesig Ja, ich weiß, dass du jetzt so Aber ich wollte jetzt erstmal hier so ein bisschen ausleuchten Jetzt bauen wir hier erstmal das schöne Eisen ab In der Zeit geht auch noch mein Steinspitzhack kaputt Das freut mich natürlich wieder total Und bei der sehr Süßen Einschlafmusik Kann man auch schön einschlafen, meine lieben Freunde So, ein bisschen Redstone abhacken Jetzt gucke ich mal, ob da hinter irgendwie ein Diamant ist oder sowas Wäre ja relativ cool, ne? Warum ist da jetzt Erde? Warum ist da Erde? Ich will keine Erde Ich will Diamanten Mh 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 So ein Scheiß Warum ist denn hier Erde? Sollen hier Pilze wachsen oder was ist hier los? Wie tief das auch noch geht Alter Ich hab noch nie was von Erde flützen gehört, aber So wie sie aussieht, gibt's die hier Mysteriös, aber egal Wir gehen auf jetzt einfach mal so ein bisschen weiter hier Durch die mysteriöse böse Miene Die uns töten will Ja, sie will uns töten Diese Miene will uns töten Ja, das will sie Habe ich jetzt beschlossen Mein Lieben Oh mein Gott, meine Steinspitzhack ist kaputt gegangen Boah, mein Gott haben wir schon viel Zeug Können ja gar nicht mehr aufnehmen So ein Kack So ein Drecks Riecht dreckig Wie Stecks Eisen haben wir eigentlich Fast zwei Cool Also wenn wir auf jeden Fall wieder zu Hause sind Wir haben auf jeden Fall keine Probleme mit Eisen Falls wir lebendig und Gut rauskommen Also wenn wir jetzt hier diesen Diamanten finden Dann gehe ich auf jeden Fall erstmal nach Hause Oder ich weiß nicht Soll ich da noch ein bisschen weiter laufen? Ach egal Ich gucke einfach so, dass ich Es wäre eigentlich gut, wenn ich noch mehr Diamanten finden würde Ach egal, ich bleibe jetzt erst mal ein paar Parts Also bis ich so gar keine Chance mehr habe hier zu überleben In der Miene Sagen wir es mal so, bis mein Fleisch aufgebraucht ist Obwohl das kann echt lange dauern Das kann wirklich richtig lange dauern Aber naja, was will man machen? Wir gucken jetzt einfach mal hier, ob hier gleich ein Diamant dahinter ist Aber man weiß ja nie, ob ich es hier Gravel Yeah Wir haben Gravel gefunden Beziehungsweise Mystisches Case Case, was man uns tödern will Ich finde eigentlich so ein Spawner richtig geil Ja Auf das Spawner hätte ich jetzt richtig Bock So ein bisschen Battle Epic Battle 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 Okay, eigentlich nicht Meine Lieben Freunde Aber der weiß Was ich so alles in der Zeit ergibt Ich brauche Licht Sonst habe ich Angst im Dunkeln Hallo 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 Oh, Drecksgravel Oh, hier ist doch gar nichts Mein Gott, so eine Scheiße aber auch Das ist doch Das ist echt dreckig Das Necken wir die Nüsschen Das dreht mich echt auf Das ist alles nur für Gravel Was will ich eigentlich mit diesem Scheiß Wir können damit unsere Wege eigentlich mal ausbauen Hey Oh mein Gott, ein Feuerstein Wir haben einen Feuerstein Zwei Feuersteine Wir haben so viel Pflastersteine Warum haben wir nicht so viel Pflasterstein Was wollen wir mit Cobblestone? Brauchen wir nicht Wenn wir Cobblestone Ich glaube es nicht so Ich sollte nicht mehr um mich rumgucken Wir haben einen Smaragden gefunden Yeah Ja, ich habe die mystischen Sachen gehört Ich wollte mich töten Glaub ich Eisen Noch mehr Ach egal Ich baue das Eisen einfach ab Aber wir brauchen hier schließlich Eisen Für Eisen brauchen wir unsere Rüstungen Unsere Schwertchen und sowas Aber ich brauche jetzt mal ganz ehrlich Ich bräuchte mal langsam Wir haben hier eigentlich einen Diamanten Also wir könnten uns einen Enchantmentable Also einen Verzauberungstisch bauen Aber die Frage ist Lohmert sich das wirklich? Ich habe 42 Level Das ist ein bisschen viel Meine lieben Freunde Wie viel Kohle haben wir? 14 Kohle Ach egal Wir machen das Decky noch voll Ich glaube wie von Oh Poltische Spitzer Juhu What up Meine lieben Friends Tobi von GOP am Start So sieht es aus Meine lieben Freunde Juhu Ja ich bin heute ein bisschen gut drauf Es ist Samstag natürlich Hallo das Wochenende ist wieder Angefangen Und ja Endlich sind meine ganzen Klausuren fertig Jedenfalls für dieses Pellepä Pellepä Für dieses Quartal Und das bedeutet natürlich Meine lieben Freunde Dass ich jetzt erstmal schön produzieren kann An diesem Wochenende Nämlich die nächsten Zwei Okay Die nächste Woche eher Vorproduzieren kann Damit ich dann nicht mehr so viel Druck Habe meine lieben Freunde Aber ihr wollt ja auch schließlich Täglich befriedigt werden Von meiner Stimme Vielleicht Ich hab auch vielleicht mal irgendwie überlegt, mal eine Woche lang nur Minecraft-Dinge hintereinander rauszuhauen. Weil das ist irgendwie das, was euch am meisten gefällt, glaube ich. Aber ist nur so eine schätzungsweise Ansicht. Also, Kohle! Kohle, wir kommen von hier. Ah, noch mehr Eisen. Ich wollte Eisen mit der Steinspitze abbauen. Ja, ich baue jetzt mal meine Steinspitze kaputt. So, aber jetzt gehen wir erstmal gleich wieder zu... Alter, PC, hör auf zu rückeln, du scheiß Vieh. Sonst, ich sag dir, ich muss nicht... Okay, ich streich ihn mal. Also, lieber PC. Okay, die Framework geht immer noch nicht hoch. Schade aber auch. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist, aber naja. Gar nicht einmal passieren. Ich hab ja schließlich öfters Frame-Einbrüche irgendwie. Mein Frames hat mal wieder keinen Bock auf mich. Juhu, jippie, 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 Schweinebacke. Oder da bedeutet das wahrscheinlich, dass ich eine neue Grafikkarte haben muss. Wo ich die 480 hab, aber naja. Okay, das einzige Problem an dieser... In-Bandis-Grafikkarte, dass die so laut ist. Aber naja. Es ruckelt wirklich arsch-extrem. Also, arsch-extrem habe ich auch noch nicht benutzt. Arsch-extrem. Extremusch-Arschusch. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Äh, was baue ich hier eigentlich? Ich brauche kein Kabel-Stone. Scheiß Vieh. Brauche nur Redstone. Und einen Diamanten. Das finde ich jetzt noch viel schöner. Also einen Diamanten finde ich jetzt echt toll. Ah, hier ist Gold. Gold ist da, gibt es hier vielleicht einen Diamanten in der Ecke, Diamanten, 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 Hallo Diamanten, oder vielleicht ist der Lapislazuli auch ein Diamant, weiß ja nie, aber hier ist wirklich kein Diamant, scheiß die Wand an, oder vielleicht ist hier ein Diamant, ich baue auf jeden Fall gleich nur das Gold ab, aber, hm, Hallo Diamanten, 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 kein Diamant, egal, baue ich jetzt mal das Gold hier ab, kling, kling, yeah, wir haben Gold, flip, so, damit hier auch keine fetten Löcher entstehen, ich baue das hier jetzt noch ab, weil mir langweilig ist, so, Bäm, 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 hier ist gar nichts, so ein Scheiß, so dreckig, so, jetzt baue ich hier erstmal wieder mit, Kabel saum ich ein wenig hoch und lass hier so ein Fackel mit Loch, so, okay, wo war das denn, das schöne Lapislazuli, ich glaube das Lapislazuli war da hinten, oder, Hallo, ja genau, das war hier hinten, so, ab hier hoch, Bäm, Bäm, Katsching, so, Katatawum, da ist ja noch mehr die, noch mehr Smaragd, wow, das ist immer noch die Schlucht, ne, also in dieser Schlucht gibt es wirklich viele Sachen, muss ich ja echt sagen, meine lieben Freunde, was wir hier für eine, ah ja, dieses Ding hat ja ich keinen Bock mehr auf mich, wow, Hallo, 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 ich höre eine Spinne, ich höre und rieche sie, ah, riechst du ihn, da geht es bestimmt nach draußen, ja, da geht es wirklich nach draußen, aber da will ich jetzt nicht hin, ich habe keinen Bock auf draußen, ich will in die mystische Wiener, und Diamantern fündern, cool, Sackgasse, aber wir haben einen roten Penf, Alter, scheiß Spinnige. Okay, wow, 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 chillt mal, chillt mal, chill mal, scheiß Vieh. Wow, 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 immer, immer langsam, damit die jungen Höhen. Aua. Und wo kommen denn diese scheiß Viecher? Aua. Fick dich. Aua. Aua. Drecksvieh. Ich wollte ja eigentlich nur die Lappes dazu nehmen, die das Baracken abbauen, ne? Ich werde wieder mit euch ein bisschen verlaufen. Oder vielleicht ist hier ein Ende. Ja, genau. Das gefällt mir, dass hier ein Ende ist. Ja, da. D, 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 D. Wir können ja theoretisch das Cobblestone für die Pilze opfern. Ja, genau. Weil rote Pilze sind nämlich auch gar nicht mehr so oft. Mein lieben Freunde, ich spreche aus Erfahrung. Skyland. Das war da ganz toll. Das könnte ich hier richtig auch mal ein Letztplay von machen. Bin ein Freund von mir. Da ist es nämlich jetzt auf dem Server und da sind wir eigentlich richtig schön im Bar drin. Wow. 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 Okay, ein Loch. Cool. Yay. Da kann man ja wieder zurücklaufen und wieder dahin gehen, wo wir hergekommen sind, weil ich möchte gerne jetzt mal Racken und das Laps Lazzouli haben. Ist ja schon ganz schön wichtig. Wir müssen jetzt zwar irgendwie hinkriegen, die Lava wegzuwirken, aber das geht, glaube ich, auch. Hallo, wir haben 60 Erde dabei oder sowas. Warum haben wir eigentlich immer so viel Zeug dabei? Das ist echt... Unser ganz Inventar ist voll. Und zerrotzeltes Fleisch brauchen wir auch nicht. Ich laufe jetzt eh wieder durch. Habe ich es jetzt hier aufgesammelt? Nein, zum Glück nicht gut. Das ist toll. Spinnenfäden brauchen wir die? Eigentlich brauchen wir die auch nicht. Nein. Aber die werden wir jetzt aufsammeln. Ich brauche keinen Spinnenfäden. Gott, die Spinnenfäden weg. Gott, sieh weg. Ich will nur den Pelz. Ich will nur den Pelz. Ich brauche die Spinnenfäden nicht. Ich bin eben weg mit dir. Spinnenauge? Ja, kann man umfragmentiertes Dings. So, was da machen wir? Also, wir können theoretisch die Lava können wir ein wenig weg eliminieren. Ja, genau. So muss das sein. Jetzt ist es erstmal wieder zurückgelaufen. Hallo? Okay. Ich glaube, wir kommen von da unten. Wir kommen von hier? Ich glaube, wir kommen sogar von hier. Kommen wir vielleicht von da? Scheiße, ich habe mich wieder verlaufen. Bo, 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 bo. Bo, 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 bo. Okay, wir kommen von unten. Ist der unten irgendwie was? Na, keine Ahnung. Ich kann es nicht sehen. Scheiße. Blöde Sonne da draußen. Aber endlich ist es mal wieder schönes Wetter, meine lieben Freunde. An diesem Wochenende soll es ja angeblich hier in Köln 25 Grad werden. Ist das nicht hammergeil? Das auch noch hier in Köln. Hallo? Das ist... Oh, du hast ein Eisenschwert dabei. Bist du süß? Dann auch noch eins. Fick dich. Sind Zombiespawn oder warum seid ihr hier plötzlich bald auf einmal gekommen? Da habt ihr ein bisschen Bunga Bunga in der schwarzen, zickten Erde gemacht. Ich weiß natürlich... Hast du wirklich ein Eisenschwert gedroppt? Das ist ja mal episch. Aber das ist fast kaputt. Besser als gar nicht. Ich habe doch noch dabei. Boah, ich bin so blöd. Ich habe ja noch. So, jetzt will ich aber hier erstmal wieder hoch. Genau, weil ich das... Gold. Gold. Ah, nur eins. Cool. Yay. Ah, ich kann hier theoretisch... Kann ich hier doch... Ich brauche mir hier erstmal eine Brücke. So, Brücke. Was haben wir denn hier alles Schönes dabei? Eigentlich haben wir hier viel zu viel. Wir haben sieben Pilze. Die Pilze kann ich mal mit den Kabeln stoppen. Ich kann auch eigentlich mal die Pilze mit... Was hat hier geschnufft? Ich weiß eindeutig nicht. Das weiß ich. Also eigentlich will ich ja gerne, dass die Lava irgendwie verschwindet. Dann muss ich an den Ursprung und Wasser runterlaufen lassen. Weil dann wird daraus der Cobblestone. Und Cobblestone kann es, wie jeder weiß, nichts antun. Aber Lava schon. Lava ist nämlich tödlich, böse und will nämlich irgendwie weg eliminieren. Scheiß, Kies. Lass mal ganz ehrlich, ich hasse es. Ich hasse dieses minderwertige Dreckskies, weil es einfach nichts kann. Einfach dreckig. Einfach wirklich dreckig. Warum leckst du jetzt schon wieder? Digga. PC. Ich glaube, ich muss mit dir mal ein bisschen Psychotherapie machen. Bei mir wird nicht geleckt. Das ist einfach... So. So ein bisschen psycho, dass ich hier so wie ein Spider-Man über die Mine hüpfe. So über die Schluchten. Ja, den kann ich eigentlich nicht sehen. Scheiße. Ach, egal. Naja. Klappt schon, meine lieben Freunde. Ach, pff. Von hier komme ich doch. Mein Gott, so ein Kack. Ja, von hier komme ich. Ja, super nochmal. Das bringt mir auch nicht viel. Ja, aber hier haben wir noch mehr Eisen. Wie viel Eisen habe ich jetzt eigentlich? 55. Ich kann noch ein bisschen Eisen abbauen. Wenn ich denke, zwei Stacks Eisen reichen, oder sollen wir noch mehr Eisen? Jetzt habe ich hier die Kackfacke abgebaut. Bleibst du da dran? Also wirklich, das ist echt eine Frechheit. Also das muss echt nicht sein. Meine lieben Freunde, was gibt es denn hier schönes? Alles nur Eisen. Alles Eisen. Hier gibt es nichts Schönes, was sich so richtig schön abbauen lässt. Außerdem war doch gerade eben, ich bin glaube ich an Dingensra vorbeigelaufen. Ja, okay, okay, Fledermäuschen. Okay, okay, okay. Und wo komme ich denn? Ich komme von da unten. Also muss ich erstmal da wieder runter. Ich würde ja echt gerne was gegen die Lava tun, aber dazu traue ich mich irgendwie im Moment nicht. Ich möchte den Smaragd haben, der da oben ist. So. Ja, nicht runterfallen, du Drecksvieh. Yay, wir haben wieder einen Smaragden geerntet. Wie ich das anhört, geerntet. Aber wir können echt mal die Schlucht dran drauf. Ich rauf jetzt mal die Schlucht dran. So viel kann da eh nicht passieren. Ah, noch mehr Eisen. Wie viel Eisen haben wir jetzt? 61. Also kann ich noch drei Eisen abbauen und mitnehmen. Also jetzt müsste ich ein neues Deck anfangen. Oh, du einsames Eisen. Okay. Oh, das traue ich mich nicht. Oh, wir haben es geschafft, mein Lieber Freund. Nein, 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 du Drecksvieh. Nein. Du scheiß Lava, ey. Scheißvieh. So, jetzt ist er mal weg mit dir. So, hast du fein gemacht. So, bam, katsching, bam, schling, bam, schling. Und noch eins mal racken. Yay, oh mein Gott. Das ist so eine Glanzleistung von mir. Der Tobi von geht. Die OP geht. Wow, die ist ganz schön hoch. Hier geht's geil. Wow, 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 wow. Ach. Kinder, ist wirklich, ich will mich wirklich verarschen, so ein Drecksvieh. So, okay. Dann wollen wir das hier noch schnell ab. Bam, bam. Dann haben wir ja auch einen schönen Durchgang, da steckst du hier eine Facke hin. Das ist hier auch nicht so. Du kommst da wirklich. Ich will mich verarschen. Drecksvieh. Okay, dreckig. Ah, cool. Hier hat sich irgendwas verbündet. Ja, hallo. Einmal so, einmal so und einmal so. Wow. Das ist total gefährlich, was das... Aber wieso? Das ist nicht mehr ganz so gefährlich. Mach ich hier noch so einen Weg, damit ich damit so langlaufen kann. So, bam, genau. So, bam, katsching. Das ist so hoch, da kriege ich Höhenangst. Ja, ich weiß, dass der Redstone ist, aber ich will jetzt mal gucken, was hier noch am Ende ist. Gar nichts. Cool. Komm, wir jetzt ein bisschen... Oh. Ein bisschen abbauen. Cool, cool. Nicht schlecht. Vielleicht gibt's... Ah, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich bin der Tobi von GOP. Ich baue hier Redstone ab. Ich verstehe immer noch nicht, warum uns die Diamanten so echt wegbleiben. Ich habe keinen Plan, wo die... Krise. Krise. Wirklich. Krise. Vielleicht gibt's hier irgendwo Diamanten. Ich finde es echt schön. Hallo. So. Jetzt täuschen wir das jetzt mal wieder. Bam. So, jetzt baue ich hier noch ein bisschen mit meiner... Ah, noch mehr. Oh nein, ich will die... Ich will das an. Nach. Oder gehen wir jetzt mal in die Richtung? Ach, ich gehe jetzt mal kurz in die Richtung. Wer weiß, was sich da so schön ist verbirgt vor meinen... Hallo. Soll ich alles in den Boden bauen, du Drecksvieh. Hallo. Okay, baue ich jetzt mal. Ah. Äh. Okay. Cool. Mit Fackeln kann man also kurzfristig was wegmachen. Alter, hier ist hier richtig viel. Nicht schlecht, der Specht. Okay, jetzt müssen wir erstmal gegen die strömenden Wasserdinger angreifen. Ankämpfen. Oh, der Part ist jetzt schon wieder vorbei. So ein Scheiß, Mann. Ach, egal. Wir machen jetzt noch zwei Minuten. Vielleicht gibt's hier irgendwas Mystisches. Oh. Ich glaube, das kommt alles von da, oder? Ja, ich habe den bösen Peter gefunden. So. Machen wir mal ganz kurz so. Wow. 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 Vielleicht gibt's da oben irgendwo Diamanten. So. Bam, bam, bam. In der Regel ist dahinter ja immer ein Diamant. Wie man so schön sagt. Aber es gibt eigentlich gar keine Regeln für Diamanten. Ich brauche einfach nur einen Diamanten. Da könnte ich mir einen Diamantspitze bauen. Da können wir uns ein Portal bauen. Und wenn wir ein Portal haben, dann haben wir gewonnen. So. So. Immer noch so. 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 Oh. Oh. Ah, hier geht's auf jeden Fall weiter. Okay, meine lieben Freunde. Wenn wir das... Ist so viel Redstone. Redstone. Machen wir jetzt mal so. Dann mache ich ja immer kurz. So. Und so. Dann würde ich sagen. Meine lieben Freunde. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Aber das war's glaube ich mal wieder für diesen Part. Denn es ist an der Zeit, dass es wieder zu Ende ist. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Ich würde am liebsten noch die ganzen Tag weiter zocken. Aber irgendwie... Ich kann die Parts ja auch nicht so ewig lang machen. Und dann dauert das noch ein bisschen länger mit dem Upload und sowas. Deswegen würde ich sagen... Auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn es vielleicht bis hierhin durchgehalten hat... Fresse ich nochmal Runde. So. Wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, können wir natürlich ein Däumchen dalassen. Das hilft nicht nur mir. Sondern das hilft mir dabei, was euch gefällt und was nicht, meine lieben Freunde. Und deswegen würde ich sagen... Haut rein und wir sehen uns bis demnächst. Schaltet am Dienstag wieder ein. Wenn es wieder heißt, dass der Tobi eine Runde Minecraft auf der epischen Welt spielt. Ganz alleine. Bis dahin. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.